Mein Name ist Andreas Barth. Ich komme vom Verein Rethink e.V. Das ist ein kleiner, relativ junger Verein in Neuwied. Das Projekt, mit dem wir heute hier eingeladen wurden, ist im Rahmen von den Hof- und Gartenflohmärkten, die wir im Ort veranstalten, um Ressourcenverschwendung entgegenzuwirken und allgemein Nachhaltigkeit, Ressourcennutzung zu verbessern, haben wir initiiert, dass es regelmäßig solche Hof- und Gartenflohmärkte gibt, bei denen Leute einfach Stände vor der eigenen Haustür aufbauen und Sachen, die sie vielleicht nicht mehr brauchen, die aber noch in Ordnung sind, einfach wie auf dem Flohmarkt zum Verkauf anbieten. Da stellt sich immer die Frage, wie finden dann die Besucher, die Leute, die Stände, die ja doch über einen größeren Ort verteilt sind. Und um das zu vereinfachen, haben wir eine digitale Karte erstellt, wo sich Leute, die etwas anbieten wollen, eintragen können, die sagen, wo sie sind, was sie für ein Angebot haben und Besucher können dann auf der gleichen Karte nachher schauen, wo sie denn hin müssen. Also unsere Webseite ist www.rethink-ev.de und da stehen alle Kontaktmöglichkeiten, gerne ansprechen, kontaktieren. Unser Verein ist, wie gesagt, relativ jung. Wir haben uns im Sommer 2021 gegründet, haben mittlerweile 37 Mitglieder. Dafür, dass es ein regional relativ begrenzter Verein ist, ist das ein sehr schönes Wachstum. Das freut uns sehr. Und ja, wie gesagt, wir sind zusammengewürfelt Leute, die halt versuchen, nachhaltige Projekte vor Ort, vor der eigenen Haustür umzusetzen. Also wir haben natürlich ein paar Mitgliedsbeiträge, über die wir viele Sachen finanzieren können. Für manche Projekte, also diese Sache ist nur ein Projekt von vielen, die wir machen. Bei manchen ist ein bisschen mehr Finanzbedarf und da gibt es sehr gute Fördermöglichkeiten, die wir teilweise schon nutzen konnten, wo einzelne Projekte dann finanziert wurden. Zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten, den wir angelegt haben, ein Repair-Café, das wir regelmäßig durchführen und andere. Also wir haben eine Vielzahl an Projekten und bis jetzt hat die Finanzierung immer ganz gut hingehauen. Planungix.de Planungix.de